Horst, du bist ja ein großer Freund der Genossenschaftsbanken und Genossenschaftsanteile. Warum ist deiner Meinung nach dieses Investment besonders attraktiv? Na, so ein Investment ist nicht für alle attraktiv, aber für so konservative Knochen wie für mich. Weißt du, für mich kommt es eigentlich darauf an, dass ich mein Geld langfristig anlegen will, weiß, wofür die Banken es gebrauchen, dass ich da kein schlechtes Gewissen haben muss ich will mich nicht darum kümmern, ich will, dass es sicher ist und ich will jedes Jahr dafür Zinsen haben oder eine attraktive Rendite und das bieten einem diese Genossenschaftsbanken. Ja, das klingt jetzt erstmal ganz spannend. Jetzt werden natürlich unsere Zuschauer sich fragen, okay, wie komme ich an solche Genossenschaftsanteile? Ist das kompliziert? Nein, das ist eigentlich ganz einfach. Als ersten Schritt würde ich jedem empfehlen, mal zu schauen in der näheren Umgebung, wo sitzen da Genossenschaftsbanken? Was sind das überhaupt für Institute? Die sind eigentlich relativ leicht zu erkennen, nämlich die haben immer dieses EG für eingetragene Genossenschaft in ihrem Namen, also alle Volks- und Reifeisenbanken, alle Sparderbanken sind Genossenschaftsbanken und auch die PSD-Bankengruppe. Habe ich von denen ein paar in der Nähe oder nur eine oder zwei, dann gehe ich zu denen und frage, hey Leute, ich würde gerne bei euch Genosse werden oder wenn sie eine Frau sind, Genossin. Ja, und die sagen einem dann entweder, ja, klar, kannst du machen oder die sagen, ja, aber das geht nur, wenn du bei uns ein Konto eröffnest. Und stellst du dann fest, dass das Konto vielleicht gar nicht so attraktiv ist, wie du gerne möchtest oder hast du dazu auch einfach keinen Bock, ja, dann gibt es die zweite Möglichkeit, immer mehr Volks- und Reifeisenbanken, wie die zum Beispiel im Hochtaunus oder die GLS-Bank, die sammeln solche Gelder bundesweit ein. Davon gibt es so ungefähr 20, die du ja alle bei uns auf der Webseite findest. Das ist ja spannend, weil eigentlich geht man ja davon aus, dass diese Genossenschaftsbanken ja ganz streng nur regional agieren. Wenn es jetzt immer mehr gibt oder es sich häuft, dass jetzt Banken, sagen wir auch mal deutschlandweit, auf Kundenfang gehen, kommen die sich nicht gegenseitig in die Quere, wenn sie quasi in einem anderen Gebiet wildern? Nein, einmal braucht jede Genossenschaftsbank, braucht eigentlich mehr Eigenkapital. Das sind so Eigenkapitalvorschriften, die von Jahr zu Jahr schwieriger werden. Zudem haben die Genossenschaftsbanken fast alle ein Problem. Die Altersstruktur ist überaltert, das heißt viele ältere Leute, die dann irgendwann auch sterben, die sind keine Kunden mehr und es kommen nicht genug junge Leute nach und deswegen werben die. Außerdem im Internetzeitalter macht dieses Regionalprinzip, also wir arbeiten nur in unserer Region für unsere Leute und gucken nicht über den Tellerrand hinaus, das gehört eigentlich der Vergangenheit an. Immer mehr, zum Beispiel gerade die im Daunus, die finanziert Projekte deutschlandweit. Und wenn sie das deutschlandweit tut, übrigens mit ganz großem Erfolg, ja, dann kann sie auch natürlich deutschlandweit Geld einsammeln. Andere machen das auch, die GLS Bank aus Bochum oder auch die Deutsche Apotheker- und Ärztebank, die ja nur Apotheker und Ärzte aufnimmt, ja, die auch bundesweit vertreten ist. Und diese Bank sagt zum Beispiel, es gibt bei mir keine Begrenzung, du kannst so viel Kohle, Entschuldigung, du kannst so viel Geld bei mir anlegen, wie du willst. Und das freut natürlich die Ärzte und die haben ja auch ein bisschen mehr und die Apotheker als eine Bedienkraft im Café. Aber kann man jetzt da auch als normaler Arbeitnehmer, also jetzt wenn man nicht Arzt oder Apotheker ist, dort Kunde werden? Nein, bei der Apotheker und Ärztebank, die sind da ganz streng, aber es gibt ja viele andere, ja, die da ganz offen sind und sich freuen, wenn man da bei denen Geld investiert, Geld anlegt und dann jedes Jahr die Dividende ausgeschüttet bekommt. Was kann man sich so vorstellen im vergangenen Jahr, wie sah die Höhe der Dividenden aus? Also in den letzten zehn Jahren gingen die von sechs auf zuletzt drei Prozent runter. Drei Prozent 2020, aber das war ja Corona-Jahr. Du weißt, wie war das damals mit dem Tagesgeld oder auch mit dem Festgeld? Das war deutlich niedriger. Also hat man mit den drei Prozent auch noch gut abgeschlossen, weil das ist nur ein Durchschnittswert. Von den über 800 Banken hat ungefähr die Hälfte nichts ausgeschüttet aus Vorsichtsmaßnahmen oder weil die BaFin so ein Schreiben aufgesetzt hat und die anderen haben ausgeschüttet. Ja, das heißt, wenn man berücksichtigt, dass ja die Hälfte nichts getan hat, dann sind die drei Prozent natürlich auch schon eine Menge, weil einige haben sechs Prozent ausgeschüttet. Im letzten Jahr eine sogar 15 Prozent, nämlich die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg, die hat gesagt, 15 Prozent Dividende, das muss man sich mal reinpfeifen. Ja, das ist exorbitant hoch. Und was kann man da für Summen investieren? Wo fängt das an? Oder bis wann? Wie ist die maximale Höhe? Also es ist so, die, die besonders viel ausschütten, so 10, 12, 15 Prozent, die schütten diese Summen nur auf relativ kleine Beträge aus. Der eine, zum Beispiel die Niedrigste, sagt, du kannst bei mir nur 100 Euro investieren. Das ist natürlich ein Witz, ja, das macht keinen Spaß, da werfe ich gar nicht den Computer für an, ja. Aber diejenigen, zum Beispiel in Hochtaunus, die ich erwähnt habe, da kannst du 50.000 Euro pro Person anlegen und bekamst in den letzten Jahren immer zweieinhalb Prozent. Das ist klasse. Und diese 50.000 Euro pro Person bedeuten ja, hast, du hast geheiratet. Stimmt. Du kannst deine Frau auch zu Hochtaunus schicken und wenn ihr eine große Kinderschar bekommt, jedes einzelne Kind auch noch. Also da kommt schon was zusammen. Das muss ich auf alle Fälle mit meiner Frau noch diskutieren. Ja, das klingt ja jetzt alles schön und gut. Also Genosse werden, noch eine dicke Dividende kassieren, aber was hat man da auch Pflichten als Mitglied einer Genossenschaftsbank? Was kommt da auf einem zu? Muss man dann zur Hauptversammlung erscheinen? Oder wie kann man da auch überhaupt abstimmen? Also es ist so, du hast keinerlei Pflichten. Du gibst das Geld, vertraust das der Bank an, die arbeitet damit und dafür kriegst du eine Dividende. Du kannst aber und sollst auch, wenn du in der Nähe bist und dort wohnst, zur Mitgliederversammlung gehen, weil du bist Miteigentümer der Bank. Und das ist ein total demokratisches Prinzip. Wenn jeder Genosse, ganz egal, ob er nur 100 Euro investiert hat oder 50.000, hat eine einzige Stimme. Das ist total demokratisch. Genossen, das ist ja schon fast Kommunismus. Ja. Und das Schöne ist, du hast Einfluss. Die Dividende, wie wird die ermittelt? Du musst sehen, so ein Geschäftsjahr beginnt fast immer am 1. Januar und endet am 31.12. Im Januar setzt sich der Vorstand mit seinen Leuten zusammen und die gucken, wie ist das Jahr gelaufen? Haben wir hohe Gewinne erwirtschaftet und so weiter? Da die Bank nur ihren Mitgliedern gegenüber verantwortlich ist, ja, macht sie denen einen Vorschlag und sagt, Leute, es ist super wieder gelaufen, wir würden gerne 5% ausschütten, seid ihr damit einverstanden oder nicht? Das kriegen die und die Mitglieder vorher, bevor der Versammlung, die dann meistens so im April, Mai, Juni, wir haben gerade Dividendensaison, ja, kommen die dann zusammen, persönlich, in Corona-Zeiten haben sie das auch virtuell getan, aber meistens persönlich, diskutieren darüber, diskutieren andere Dinge, aber ein wichtiger Punkt für die Leute, die wollen natürlich alle ihre Dividende haben. Und dann habe ich noch nie etwas erlebt, dass sie gesagt haben, nein, das ist zu viel, was ihr vorschlägt, die würden natürlich gerne lieber etwas mehr haben und darüber wird dann entschieden, die Dividende, die Höhe wird festgesetzt und je nachdem, wie viele Anteile ich gezeichnet habe, ja, habe ich 100 gezeichnet, habe ich 50.000 gezeichnet, darauf kriege ich dann die 4, 5, 6%. Weil du es gerade angesprochen hast, wir haben ja gerade Dividendenzeit und es gibt ja auch an der Börse den sogenannten Dividendenadel, Dividendenaristokraten und da ist es ja so, dass man quasi die Aktien noch kaufen kann, kurz bevor der Jahreshauptversammlung und die volle Dividende ausgeschüttet bekommt. Und wie läuft es jetzt bei den Genossenschaftsbanken ab? Kann ich da quasi kurz vor der Vertreterversammlung einsteigen und bekomme die ganze Dividende ausgezahlt fürs vergangene Jahr oder ist es dann anteilig? Wie muss man sich das vorstellen? Also nehmen wir an, du steigst am 28.02. irgendeines Jahres ein, dann kriegst du bis zum 28.02. für diesen Teil keine Dividende, sondern erst ab dem Tag, an dem du der Bank das Geld zur Verfügung stellst. Das ist aber, das ist meistens so. Nicht immer. Manche sagen, für das Quartal, in dem du einsteigst. Es gibt auch einige, die Kunden unfreundlicher sind, die sagen, für das Halbjahr oder so etwas. Aber bei den allermeisten ist es so, die sagen, von dem Zeitpunkt an wird das verzinst. Was wir jetzt bei bialo.de auch schon seit einigen Wochen beobachten, ist, dass sich quasi jetzt schon die Zinswende, vorsichtig gesagt, so am Horizont ein bisschen abzeichnet. Also haben jetzt etliche Banken die Tages- und Festgeldzinsen erhöht. Sagen wir mal, es kommt jetzt wirklich zur konkreten Zinswende. Würde das auch die Dividenden beeinflussen, die die Genossenschaftsbanken bezahlen? Natürlich. Natürlich. Die Banken sehen ja, sie sind in einem gewissen Wettbewerbsumfeld. Und sie möchten die Genossen, die Mitglieder langfristig an sich binden. Die wollen nicht immer neue suchen müssen und so weiter. Und deswegen gucken die, dass sie immer ein bisschen mehr denen bieten, als die allgemeine Zinssituation ist. Also wenn es mit den Zinsen nach oben geht, und du hast vollkommen recht, das sieht man ja bei uns beim Festgeld, da haben wir attraktive Angebote jetzt. Gott sei Dank wieder. Wieder, ja. Ja. Und dann gehen diese auch nach oben. Na schön, dann profitieren quasi alle Anleger so ein bisschen, also zumindest in der Hinsicht von der Zinswende. Jetzt kommen wir doch mal zum Thema, wie schnell komme ich an mein Geld? Weil wir leben ja jetzt in, sagen wir mal, etwas unsicheren Zeiten. Viele Leute, die wollen das Geld lieber nah bei sich haben. Aber sagen wir mal, ich muss jetzt schnell flüssig werden. Wie schnell komme ich aus so Genossenschaftsanteilen raus? Ich habe ja gesagt, dass das ein langfristiges Investment ist. Aber ich komme, sagen wir mal, mittelfristig raus. Bei den meisten ist es so geregelt, dass sie sagen, du musst zum Ende eines Geschäftsjahres kündigen mit einer Frist von meistens drei Monaten. Also bis 30.09. musst du am besten per Einschreiben deine Mitgliedschaft kündigen. Ja, und dann musst du aber noch warten bis zur Mitgliederversammlung, weil auf dieser Mitgliederversammlung im Frühjahr wird ja dann die Dividende für das vorangegangene Jahr festgesetzt. So lange kriegst du dein Geld nicht. Das ist dann unverzinst, das muss man sagen. Jedenfalls vom Januar bis zum Zeitpunkt, wo es ausgeschüttet wird. Und dann wird dein Geld ausgeschüttet plus der Dividende, die für das abgelaufene Jahr. Ja, jetzt haben wir über die ganzen Vorteile ja auch schon gesprochen, über die Dividendenzahlungen in der Genossenschaftsbanken. Kommen wir doch mal zum Thema Sicherheit, was ja wahrscheinlich jetzt viele unserer Zuschauer auch interessiert. Wie muss man sich da die Sicherheit vorstellen? Gilt da wie beim Tages- oder Festgeld auch die gesetzliche Einlagensicherung? Oder wie stützen sich die Genossenschaftsbanken? Nein, im allerschlimmsten Fall ist dein ganzes Geld weg. Okay. Ja, aber macht dir keine Sorgen. Wirklich nicht, Kevin, sonst hätte ich, würde ich da auch nicht investieren. Ja, und auch nicht für unsere Firma. Ja. Habe ich auch Geld dort. Nein, die Banken, das sind ja 800, über 800 Genossenschaftsbanken, die haben so ein Pool und stützen sich gegenseitig ab. Es sind schon Banken in Schieflage geraten, auch die Ammersee-Bank, in deren Gebäude wir heute sitzen. Die heißt ja heute Landsberg-Amersee-Bank. Die kam auch in eine bedrohliche Situation und dann wurde die von der Nachbarbank übernommen und ist mit der zusammengegangen, aber es ist noch nie in Deutschland. Und ja, seit 1945, ja, ist noch nie eine einzige Pleite gegangen. Niemand hat Geld verloren. Was schon passiert ist, dass einzelne Banken jetzt, wie in der Corona-Zeit gesagt haben, für dieses Jahr schütten wir keine Dividende aus. Das war also das Schlimmste, was passieren konnte. Mehr nicht. Jetzt haben wir viel über die Dividenden jetzt gesprochen. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, gibt es jetzt, sagen wir mal, ich werde jetzt Mitglied einer Genossenschaftsbank, gibt es eine schöne Dividende, alles schön und gut. Aber gibt es da nicht noch mehr Vorteile? Ich meine, man könnte ja, ich bin ja eigentlich dann fast schon Premium-Kunde. Hat man dann irgendwie vielleicht Vergünstigungen beim Kredit oder bei der Baufinanzierung und so weiter? Ja, da sind die wirklich sehr einfallsreich. Nicht alle, aber viele. Viele Banken, und das muss man sich ansehen, ein bisschen muss ich da auch Kritik üben, dass die Banker eigentlich ein bisschen zurückhaltend sind und ihre Vorteile, ihren Kunden oder potenziellen Kunden eigentlich nicht richtig vermitteln, wie das die ING viel besser kann. Die ist ja auch eine klasse Bank, hat gute, super Produkte, sonst wäre sie nicht so erfolgreich. Aber die rührt die Werbetrommel. Aber viele Volks- und Reifeisenbanken tun gerade für ihre Mitglieder was. Zum Beispiel, sie sagen, statt 6 Euro im Monat, nur 4 Euro im Monat für das Girokonto, monatliche Monatspauschale. Oder sie sagen, die tolle Goldkarte mit einem tollen Reisepaket, ja, kriegst du nicht für 80 Euro im Jahr, sondern für 60. Oder sie sagen, statt Dispo sind es 12 Prozent, nur 8 Prozent. Da gibt es eine ganze Reihe und man muss sich da wirklich erkundigen. Aber es ist andererseits so, wenn du Mitglied bist und diese Vorteile sind da, werden dir die automatisch dann auch weitergereicht. Da musst du dich nicht für melden. Aber es ist natürlich interessant zu gucken, wenn du zum Beispiel bei einer Sparkasse bist. Ja, bist in einem kleineren Ort, da gibt es meistens ja nur eine Sparkasse und eine Volks- und Reifeisenbank. Da mal zu gucken, wenn ich genossen werde, ja, welche Vorteile habe ich uns insgesamt, ist es dann nicht günstiger, von der Sparkasse zur Volks- und Reifeisenbank zu gehen, ja, dort genossen zu werden und alle Vorteile mir in die Tasche zu stecken. Ja, das klingt ja alles jetzt super spannend. Jetzt werden sich natürlich die Leute fragen, okay, wie werde ich Genosse bei einer Genossenschaftsbank? Ist das kompliziert? Nein, das ist nicht kompliziert, vielleicht ein bisschen langweilig. Langweilig? Ja, weil die meisten Genossenschaftsbanken machen das wirklich so in Papierform noch. Ja, die sagen dann, komm zu uns und wir beraten dich. Vielleicht wollen sie dir dann ja auch noch einen Kredit verkaufen oder so, ich weiß es nicht. Ein bisschen ist auch das Genossenschaftsgesetz schuld. Das ist ja ein ganz, ganz altes Gesetz und die haben Formvorschriften, ja, als das damals erfunden wurde, konnte ja, wusste man ja gar nicht, dass es so etwas wie Internet gibt und so weiter. Also bei den meisten ist es noch so, da kriegt man, ruft man an oder schickt eine Mail, dann schicken die einem so Papiere zu, die füllt man aus. Das ist auch in zehn Minuten, eine Viertelstunde erledigt. Wenn man Kunde ist, muss man sich auch gar nicht da ausweisen und dann ist die Sache erledigt. Oder andere, wie die besagte in Hochtaunus oder andere auch, da kann man das einfach im Internet ausfüllen. Da füllt man das aus, das wirklich viel weniger aufwendig als beim Girokonto, obwohl es da geht auch schon flott. Ja, also das ist, jede Wette in zehn Minuten ist das erledigt. Man gibt die Angaben, die persönlichen Angaben, wie viel man investieren will, drückt auf ein Knöpfchen im Hintergrund, tut die Maschine dann dies in Papierform bringen, schickt dir das nach Hause. Du musst unterschreiben, machst entweder Postident oder machst Videoident. Ja, also muss ich identifizieren, auch wegen Geldwäsche und so ein Zeug. Ja, und so weiter und dann schickst du es weg, sagst, wo das Geld eingezogen werden soll. Das sollte dann natürlich wirklich auch auf deinem Girokonto sein. Dies Konto ist dann auch das Konto, worauf die Dividende dann jährlich fließt und so weiter und die Sache ist erledigt. Also es geht ratzefatz. Kurze Zwischenfrage, das klingt ja alles fantastisch und so weiter. Gibt es da, aber gibt es jetzt, sagen wir mal, irgendwelche Fallstricke, auf die Verbraucherinnen und Verbraucher achten? Sollten irgendwelche versteckten Kosten, die man unbedingt im Auge behalten sollte? Nein, null. Null, okay. Null, überhaupt nichts. Ja, weder Kontoführungsgebühr oder sonst irgendetwas. Das ist eine total faire und transparente Angelegenheit. Wenn ich mir manches Geldanlageprodukt anschaue und ich das manchmal im Internet so lese und ich, wo ich mich wirklich so ein bisschen auskenne, denke, was meinen die eigentlich damit, ja, und so weiter und das nicht kapiere. Ich habe immer nur die Dinge gemacht, die ich verstanden habe. Und deswegen, ja, habe ich oft Glück gehabt oder habe das ein erfolgreiches Händchen gehabt. Und das auch jedem zu empfehlen, nur das zu unternehmen, was man versteht. Und für dieses Produkt spricht auch ganz eindeutig die hohe, hohe Transparenz. Ja, ich finde das Produkt auch vergleichsweise spannend. Zumal merke ich auch, die ein oder andere Genossenschaftsbank, die sucht sich jetzt auch ein etwas jüngeres Publikum. Was ich extrem spannend finde, weil eigentlich haben ja diese Genossenschaftsbanken zumindest, sagen wir mal, in der jüngeren Generation eher so ein verstaubtes Image. Ja, die machen nicht genug Werbung, sprechen die Leute auch nicht an, sind zu zurückhaltend. Aber das wandelt sich. Wir haben gesehen, im letzten Jahr haben ganz viele Genossenschaftsbanken die Anteile, die man zeichnen kann, drastisch erhöht. Warum ist das so? Die BaFin verlangt von den gerade erfolgreichen Genossenschaftsbanken, dass die ihre Kredite mit immer mehr Eigenkapital unterlegen. Und diese Genossenschaftsanteile sind Eigenkapital. Das heißt, sie müssen mehr Kunden gewinnen oder mehr Genossen gewinnen. Oder sie sagen, wir haben schon so viel genossen, nur wir haben denen nicht die Möglichkeit gegeben, mehr anzulegen. Und so hat die VR-Bank Nord, die in Flensburg, wo es das leckere Pilz gibt, weißt du das? Ja, klar. Ja, mit der Flasche. Ja. Die haben zum Beispiel von 10.000 auf 100.000 hochgeschraubt. Oder die Raiffeisen Hochtaunus, die hat von 25.000 auf 50.000. Ja, oder die Sparda-Bank, ja, die Sparda-Bank Hessen, die ja auch ein tolles kostenloses Girokonto hat. Die einzige Sparda-Bank, die noch ein kostenloses Girokonto hat. Da gibt es ja auch bei uns einen Produkttest. Die hat zum Beispiel auch, die wird im nächsten Jahr, glaube ich, 100 Jahre alt. Dafür hat sie die Anteile auch massiv erhöht. Ja, so als Gelegenheit, dass die Leute sich engagieren können. Und die sind ja, weil es sonst fast nirgendwo Zinsen gibt, ja, oder sogar Negativzinsen, sind sie froh, wenn sie da das Geld anlegen können. Ja, kann man gespannt sein, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ob sich da die Genossenschaftsbanken, wenn sie sich ein bisschen digitaler und moderner aufstellen, sagen wir auch mal mit den Neobanken, mit der digitalen Konkurrenz mithalten kann. Das wird sicherlich spannend in den kommenden Jahren. Ja, unbedingt. Horst, ich bedanke mich für das sehr lehrreiche und nette Gespräch. Ich danke dir und allen zu hören. So, das war es auch schon wieder für das Interview. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und das Video hat euch gefallen. Hat es euch gefallen? Freuen wir uns natürlich über jedes Like. Weitere Informationen zu den Dividenden, die Höhe und welche Bank die höchsten Dividenden bezahlt, findet ihr unten in der Beschreibung. Da haben wir nämlich den entsprechenden Ratgeber extra für euch verlinkt. Habt ihr Fragen, Anregungen und Kritik? Zögert nicht, uns einen Kommentar zu schreiben. Entweder unten in die Kommentarspalte oder wahlweise an redaktion.bialo.de. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.